Heil Franz Josef, Heil Elisen, Segen hab's kurz ganzem Haus. Und dann die Augen, dann in dem richtigen Moment so. So, und dann. Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Dafür hab ich dich ausgewählt, dafür bist du da. Fester. Dein Vater denkt, man wird von Gott dahin gesetzt, wo er es für richtig hält. Lass dich vom Papa nicht kriegen. Fester. Ich verbiete dir, in meinem See zu ertrinken. Ein Mensch von 40 Jahren löst sich auf, verfärbt sich, verdunkelt sich wie eine Wolke. Fester.